ok es geht weiter ich mache das hier die gemeinsame sieg bei herzlosen schlosses besonderherzen in die europa eiswerfeln und schnee kristall nach die lesen mit feuer magie ich mich schon darauf freue wie ich mich schon darauf freue ich hat meine motivation leute hier hat sie ok eiswerfeln die gehen schnell vorbei ich weiß nicht wie viele soldaten als eine körper sollten sieht aber die welche schnell erledigen ok ich werde das außengebiet erledigen damit ich das nicht mal machen muss dann will ich nach innen gehen also durch den geheimgang und dann alles erledigen was nicht was in die quere kommt ok ok da kann ich auch durch und da war jetzt ein wauwau auf mich ich hasse diese wunde haben gehen muss noch töten in anderen kann ich später habe ich den noch nicht zu töten ja es schafft dann mal ich hasse einfach diese wunde die nerven zu richtig aber ich weiß jetzt schon dass ich irgendwie noch sterben werde was habe ich euch gesagt ich werde noch sterben weil so wenn ich leben ist es verständlich dass ich noch sterben werde komm ich habe eigentlich schon viel erledigt jetzt kommen keine mehr schade naja hier dann vielleicht nur ein klapper soldat ich habe mich dann angelassen wartet ja es waren hier zwei klapper soldaten ich habe die schnell erledigt während ich es dann ausgemacht habe ok also merkt euch da gibt es zwei klapper soldaten ok dann habe ich das dann mache ich hier durch so unsere truhe da ist ein abzeichen den ich mir hole ok dann habe ich das auch man muss auch manchmal hier mit struktur kämpfen also erforschen sonst fällt man wo sind die gegner oh jetzt geht es wieder langsam kack kack so macht er seine spezialtacke heilen stirbst du jetzt verdammt machen ich hasse das fasse ich jetzt irgendwie nicht jetzt will ich nicht glauben dass ich gerade gestorben bin ok das hast du davon verfickte heißwürfel reichweitek hier drunen fehlen mir noch fünf stück ok egal ich habe meine rechnung meine rechnung abgeglichen mit ihm ah ja was ich bemerkt habe part 24 als ich den hochgeladen habe haben einfach so fünf Minuten vom video gefehlt es lag nicht an der datei youtube hat das irgendwie komisch hochgeladen keine ahnung warum ach du kacke ich brauche ETA ach jetzt beginnt die scheiße mit dem eiswessel ich glaube ich hätte mehr feuer mitnehmen sollen ich gehe mal zu der truhe da vorne und guck mir an was da ist okay heiße Mann komm komm ich bin tot ist klar ich hasse einfach beruhigend es ist nicht so schlimm wie es aussieht und wieso sehe ich das gerade dass ich feuer habe wieso habe ich das nicht vorher gesehen hätte ich mir diesen tod so erspart naja es geht für alles ein erstes mal ich glaube ich wechsle demnächst mal mein schlüsselschwert das nervt auch langsam wie truhen gibt es nicht zwei wetten gleich kommen die eiswäfel nein feldwebel das schlimmere ist auch noch komm was haben wir dann auch erledigt komm schaffst du noch das umzubringen ok wenn ich da reingehen kann heißt das schon was warte warte nicht da ein Schwungmetzler auf mich wenn ich mich richtig erinnere oder war es eine spätere Mission oh ok ich gehe erstmal da durch was sage ich euch ähm ablegen ablegen er ist gleich tot wieso wieso ist er gleich tot egal wieso wundere ich mich eigentlich es ist doch besser für mich die aktie 4 ist einfach dass er einfach so gestorben ich kämpfe gegen ihn manchmal ist dieses spiel so komisch triffst du wir sind abgeschlossen aber ich werde das noch kompletieren ok dann gibt es hier nichts ich weiß sowieso wo ich hingehen muss ich finde nur drei schatzthronen die hole ich mir jetzt ok hier gibt es bestimmt Eiswürfel ein kleiner Eiswürfel zum Glück nicht die großen auf die habe ich so keinen Bock und ein Klappersoldat Schill take ja ich kriege 100% und noch ein Klappersoldat ok dann warte da drin noch kleine weißwürfel dann habe ich dich oder ein riesen hund ich verstehe nicht wie er gerade gestorben ist ablegen benutzen so und hier komponente A was habe ich davon genieben ablegen brauche ich nicht ich fehlt noch zwei Schatze tun hä wo sind die achso falsche Tür äh wo sind diese Schei wo sind diese Schatztruhen ich habe doch alle jetzt geholt was soll jetzt da Bock Mist hä ich hab doch alle oder ich hab alle da nicht da auch nicht ok egal ich habe wenigstens 100 pro hier gemacht ok ok alleine Eis essen heute bin ich wohl auf mich allein gestellt scheint so ok mal 2 tag 154 mein normaler tag ok und du anscheinend haben die ach her ich wollte da noch ein Schlüsselschwert holen ich schmied mir jetzt was schmieden unheilsmord die errichtet einen großen gebieten weil gewaltigen schaden aus ich finde ein reichsverteck das hab ich ja hm steige die Angriffskarte deiner Waffe erheblich deine Waffe er mögliche schnellere und unglaublich lange Bodenkombos ist das besser ich weiß es nicht ach ich komm ich mach das hier und eins davon und davon ich mach diesen Dual Mode jetzt rein ich brauch ein bisschen Abwechslung so und Dual Mode Dual Mode Dual Mode wo bist du hier bist du ja okay ach so fast die Kettenstecker ist mir dann nur schon wenn du eine Kette ausreißt ja okay und Energie dazu so sieht man schlussischwert aus geil ich bin echt so wenig Geld ausgegeben bis auch geile geile okay jetzt können wir mit dem schlussischwert mal rum ich hoffe sobald du bereit das geht klar neue Welt das mache ich später sammle Herzen besiege gemeinsam mit dem ich hasse du sehen aber nicht auch dem mix ach warum mit diesen Schwachmaten ich habe jetzt schon keinen Bock mehr mit dem der ist hier bei Kindmach 2 hier stationiert wir sind heute auf Herz Herzsammlung oder ich bin nicht fürs Ketten gemacht ja für Rumschwänzen die könnten mir ruhig mal eine Aufklärungsmüssel oder was Gewaltloses geben na softie in der Arena findet man sicher ein ganzes Rudelherzlose auf einmal folgen mir demix hmm roxers kennt sich halt aus wir werden die Herzlosen hier drin finden ok los geht's oh sollen wir da einfach rein spazieren werdet nicht jemand sehen keine Sorge wir sagen einfach du wirst ein neuer Heldenschüler auf dem Weg zum Training vertrauen mir das wird schon wird das wird schon werden wartet Training das hört sich nach Arbeit an und das bedeutet Schweiß und der ist eklig entweder das oder da draußen bleiben ich hasse dich kleiner ehrlich gesagt ja was wir trennen uns und bilden zwei Angriffsformationen ich kümmere mich um die Herzlosen hier draußen und du nimmst dir die drin vor so können wir ein ein größeres gebiet abdecken und noch mehr herzen sammeln oder das hört sich eher nach einer ausrede an vielleicht aber es ist auch und während du herzen sammeln kann ich vielleicht an die küche machen was ist er ist alles gut alles gut rottes ich hase dich ja los demnächst der schaden ist richtig heftig der schaden ist heftig wie viel er abzieht kommt schon ok machst du jetzt einen spezialmove er hat ihn gemacht triffst du auch irgendwie den gegner aber doch er trifft ihn ich muss ja auch noch töten lass dich ich werde jetzt nicht sterben ok da ist etwas einheitsabzeichen ok ok wir sehen uns im nächsten Partei geht's weiter